I've been walking, with my face turned to the sun. Viele von Ihnen haben die Sklaverei nie selbst erfahren. Aber ich erinnere mich. Ich hab Ihr Stöhnen gehört. Ihre Tränen gesehen. Wer kann nicht einfach auf den Krieg warten? Wir sind! Ich bin Harriet Tubman. Ich würde das Blut in meinen Adern bis zum letzten Tropfen geben, um sie zu befreien. Gibt es doch Schwierigkeiten, dann wirst Du bereit sein. Ich werde tun, was ich tun muss. Und gehen, wohin ich gehen muss. Bis dieses Monster-Sklaverei tot ist. Ich werde nicht mehr. 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 Freiheit oder Tod. Ab 9. Juli im Kino.